Schlechter. Oh, armer Junge. Naja. Armes kleines Tuff Tuff. Finale im Truck T-Depo kommen gleich. Ich hab das mit der Witch wieder nicht gesehen. Ui. Jo. Wollt grad gucken wie die ist. Beim schießen und dann rennt er mir voll im Weg. Die sind so dumm wie die. Naja, du bist ja genauso dumm. Ehrlich. Alle Midi Sec, ja. Bereit? Oder dauert das Kaffee hier noch? Aufladen. Das, ja. Naja, ich wollte mir die hier nehmen. Welche? Nein, nein, nein. Die machen nur so Salven. Sollte ich pfeffern. Ja, aber... Ähm. So, guck mal, du... Guck mal, selbst wenn du nur 3er Schuss machst, verstreust du alles. Hier. Wenn du verstreust alles mir. Warte mal. Freie Fläche, okay? Komm her. Stell dich neben mir. Ja. Guck mal hier. So, mach jetzt mal. Na, fast breche. Die Fläche, die da vorbeiging. Aber halt, das geht mehr auf. Da drauf. So. Alles klar, egal. Und weiter geht's. Nö, springt der von der Hand. Natürlich. Ich drück sowieso... Hörst du eigentlich die Maus nicht? Nö, nö. Verklack, ich drück die auch immer. Nö, hab ich nicht. Nö, hab ich nicht. Oh. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier, hier, hier. Jetzt habe ich eine Doppelwache. Der musste kotzen. Naja. War ich nicht. War ich überhaupt nicht. Toll. Wer war das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, du warst doch. Musiker doch. Naja. Hier wenigstens auch vorne. Weil ich... Bleib ja nach hinten Deckung. Naja. Und das Problem ist, ich hab irgendwann keine Munition mehr auf alles drauf. Naja. Meiner. Warte, was ist hier drinnen noch? Hey Boomer. Toter Boomer. Ich tu mich mal im Hallen kurz. Moment. Obwohl, weißt du was? Ich dräng mal einem Bilder... Was macht der Opa da hinten? Alter. Ach du, du bist das. Ich bin hier. Okay. Ich dachte, der Opa wäre da. Ich hab gar nicht Bilder gesehen. Nö, nö. Weil von dem wollte ich ja was. Danke. Nö, da ist nichts. Brecheisen, okay. Sonst hätte ich schon was gesagt. Weißt du doch. Nö. Bei dir vertraut man nicht. Du klaust das Feuer und dann sagst du Bescheid. Klar. Wo sie? Meins? Wir müssen hier irgendwo verstehen. Hier gibt's Waffen. Hier gibt's Waffen. Ich müsste da oben eng sein. Hörst du? Na, ich hör's. Wow! Ach, da ist ich. Die war genau an dieser Anhängerkupplung. Zuge vom Quack da, ne? Hab ich mir schon gedacht eben. Hab ich ja gesehen. Die stand da ja. Boah. Ah, toll. Jetzt muss ich mich heilen, sorry. Oh, Splitter. Ja, ich weiß. Ich hab ihn schon gesehen. Tod aus Splitter. Verdammt. Ich tu mal im, ich tu mal im Nachladen und mich heilen. Ach, da bist du. Die großen stehen so vor dir, dass man nicht mit 10 kann. Äh. Ja. Haben wir hier drin nix? Schotti. Meine Flinte. Meine Flinte, Ladies. Hier ist nix. Okay. Hier ist nix drin. Na, ist ja gut. Geh mal hier hinten kurz gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ist klar. Ich glaub, hier müssen wir auch lang, so wie's aussieht. Weiß ich nicht. Oder? Oder auch nicht. Aber hier kann man auch lang drin. Hast du vorhin gemacht? Kleiner Mann. Hi. Ja, da bist du. Guck mal, dann sind wir ja fast gleich. Ja. Ich hab mir eben. 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 Der Hunter steht auf mich. Tot. Tot. Toter Jockey. Oh. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, quack. Quack die Pro, ne? Hehehe. Ich hab dich geschützt eben. Hast du gemerkt? Ne. Entstand nix. Ja. Ach ja. Ja. Da kommen wir wieder alle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Dann gehen wir durch den Container. Bin ich. Ach ja. Ja. Sprengladung. Ja, cool. Ja, cool. Nimmst du keine? Ach so, wir noch 10 Munition für die andere. Hast du noch mehr? Ach so. Die Apokalypse zahlt sich voll aus. Verdammt, ich hab nicht gehört, was sie gesagt hat. Keine Ahnung. Wo's er? Okay, er kommt. Kommt er? Kommt er? Da, kommt er. Das ist ja denitiv meiner. Schießt mich doch immer alle ab. Äh, ein Hunter? Alter, da war ein Hunter und jetzt kommt er wieder auf mich drauf. Ja. Ja. Kennt man doch. Oh, hinter dir. Boah, hast aber Glück gehabt. Ja, ich weiß. Klack. Ich bin einfach weggerannt. Tja, tja, tja. Näh, nicht über den Truck erstmal hier rein. Ja. Tabletten! Ja, haft noch. Aber gleich nicht mehr. Ey. Wollte ich auch grad machen. Hahaha, war ja was ich kündigen schneller mein Freund der Nacht. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein. Sind noch ein paar Zombies. Ja, schon gesehen. Ach ja. Guten Tag die Herren. Gute Nacht, die Dame. Guten Nacht. weil was hat euch erwischt hat jemand boomer kotze geworfen gerade heavy st louis jetzt auch gekommen ja denke ich mal ach so so wie du weißt du muss auf ecke springen und dann hier auf eine radkappe dann wirst du ja dann kommst du hier hoch warte mal die wenn die wenn aus dem lagerhaus kommen vielleicht vielleicht und vielleicht von da oder ich glaub was anderes ne warum liegt hier munition waffen und midi packs moment dass unsere position aussuchen uns hinstellen so und habe ich noch so ein kanister okay start an ich gehe nicht ans maschinen kann dass das ist manchmal nervig an mit dem ding wer will rein wer will rein wir müssen doch deinen truck rein oder nicht und den da oben ja ich weiß aber ach so warte mal da irgendwo musst du doch ein knapp sein ach geht doch nicht generator muss das an der hier hinten vielleicht moment ne hier 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 oder müssen die dinge ach so der braucht kein beziehen aber das ist dann soll ich starten ja dann starten das ding ich renne wie kommt man denn hier hoch bin ich gar nicht der kommt ich weiß deswegen ja warte da kommt was ich hole mir mal schnell char char nein ich muss gleich eine aufhelfen scheiße 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 ich muss mir nicht irgendwo heilen toll ja hier von das habe ich auch gesehen da müsste ich mal schützen ich müsste mich mal unbedingt heilen heilen heilig ich stehe hinter dir von dir naja ich weiß oh meiner oh chat nein tank 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 hast du noch dein humor kotze nein habe ich nicht die ist schon weg das war der hat er wenn wir gut zusammenarbeiten dann macht er nix ja also versuch mal oben mit aufs fenster zu schützen dann bleib ich nämlich hier dran ok da oben am fenster und hinter mir an dem fenster aufpassen ich bräuchte eigentlich mal ein bisschen moody 25 35 reichen noch ach ja komm nicht mal über den zaun sogar gut so boah wie lange braucht man das sehen dass es unten ist ehrlich schnarchtüte weil das ist gut wenn wir hier oben dann nicht bleiben wir laufen warte warte ich bei mich bei mich bei mich ich glaube der kommt irgendwo char char christen nice bill ist oben bei dir ja ja wenn das nur quat irgendwo habe ich wieder so ein bongo gehört eben ja warte und den anschalten ouch ja haut ab ihr müsst ich ja ehrlich ich sehe nichts das ist kacke komm bill schnell weiter knacker da wo ich nichts sehen kann hilfe hier wieder nach oben jawoll oh scheiße ich will das ding noch haben oh hinter bloß hinter mir aufpassen jetzt ja ja schnell einsteigen einsteigen ja einsteigen ich komm vorsicht ok doch boah krass das ist wenn wir so gut zusammenarbeiten ne das kommt da raus die überleben konnten fliehen ausnahmsweise und kein neustart wie lange zusammenarbeiten können wir es schaffen ja war ja nicht lange ne och ger süß fast zwei folgen ich war gar nicht außer gefecht ne gar keiner auch ich achso ja dreimal adrenalin hab ich genommen hehehe traute ziemlich niedrig gehalten ja wozu nehme ich das auch einfach so ich hab vier boomer mhm yes vier charger ja durch das schiengewehr oben ne chok chok oder was das auch immer sein soll mhm ich hab am wenigsten schaden erlitten mhm ich hab am wenigsten schaden erlitten wir beide haben am meisten verbündete getroffen jau ist klar mhm jau naja boah genau kopftreffer das zählt mir nicht auch dazu wenn du wahrscheinlich anfängst hier anzuschießen ja neun 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 57 zombies ging ja schnell ja lez und wir dachten für zwei dinger ne war noch zwei ja aber das war schon schwerer ne ja es ging eigentlich aber mit guter zusammenarbeit ging das auch ja und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal bei lab4dead 2 ciao ciao tschüss